Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us. Ich muss sagen, dieses Spiel hat mich wirklich so sehr begeistert in den ersten 20 Minuten. Das habe ich gar nicht gemerkt in der letzten Aufnahme. Ich habe anders als sonst geredet, so ernst. Weil ich immer so fasziniert von dem Spiel bin. Das habe ich so selten, dass ein Spiel mich so fasziniert in den ersten Minuten. Aber dieses Spiel hat es geschafft. Es hat geschafft, meine Interessen anzuregen, sozusagen. Und deswegen freue ich mich auch jetzt schon auf die nächsten Parts, die ich aufnehme. In der letzten Folge haben wir Sarah verloren. Unsere Tochter, wenn sie so heißen mag. Okay. Wo geht es jetzt lang? Na, wir folgen ja einfach. Kann man auch sprinten, oder ist das das Maximum hier am Laufen? Das ist wohl das Militär hier. Das sieht hier eher aus wie eine Diktatur als Demokratie, was? Was passiert, wenn wir uns den nähern? Wow, schön dein Leben. Ja, geh weg. Damit haben wir nicht gerechnet. Nein, hätte ich eigentlich auch rechnen können. Die Infektion ist ausgebrochen. Vor 20 Jahren. Und jetzt leben wir hier. Boah, jetzt. Es ist zwar nur die PS3-Version, aber ich finde die Grafik so wunderschön. Ja, wo geht es lang? Ich dachte, wir sollten ihr folgen. Sollen wir jetzt hier einfach reingehen? Okay. Machen wir einfach mal. Die Typen sehen zwar nicht nett aus, aber ist ja egal. Jo, wir sollen hier tatsächlich rein. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Wow. Das war wohl eine Explosion, was? Ah. Da greift uns wohl jemand an. Ich glaube, wir sollten fliehen, was? Ah, okay. Ach, L2 muss man fürs Sprinten gedrückt halten. Und wir haben auch eine bestimmte Ausdauer. Oh, okay. Wir müssen also kreuzdrücken für eine schnelle Drehung. Ups, 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 ups. Okay. Ja, schnell hier rein. Das wäre... Wie gechillt er hier einfach reingeht. Verartste deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Verrüste dein... Das Medikit mit Steuerkreuz oben aus. Und halte dann R1 gedrückt, um zu verbinden. Okay. Muss ich mir mehr... Und R1 gedrückt halten, bis das Medikit drauf ist. Okay. Ach. Das war das Leben, nicht die Ausdauer. Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Jo, was geht? Ich bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als optimierter... Fireflies. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Ciao. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Läuft ihr mal irgendwo gegen, oder was macht die da? Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braucht sich was zu sagen. Das Treffen der anonymen Alkoholiker. Wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Was jetzt? Joel, hilf mir mal damit. Ah. Man, nice ist Versteck. Achso. Okay, schieben. Ich hab's auch verstanden. Und da kommt schon die Er... Wieso geht die Weinflasche nicht kaputt, wenn die auf den Boden fällt? Jo, machen wir. Danke. Hopp. Boah. Ich dachte schon, das wird zu dunkel bleiben. Auf YouTube ist ja noch alles einmal dunkler. Und wenn ich dann schon Probleme habe zu sehen... Wow, warte auf mich. Ah, ist cool. Ist fast so halbmäßig wie ein Outlast. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Soll ich auch was nehmen? Ah, okay. Eine Waffe. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Ah, das müsste eigentlich reichen. Schätzungsweise. Zurück zum Nachladen R1, während du nicht zielst. Okay. Gibt sich... äh... Achso. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ja, wo... Ah, okay. Komm her. Dreieck. Na dann. Räuberleiter, komm. Hopp. Okay. Das haben wir schon mal erfolgreich geschafft. Hä, wäre es irgendwie sinnvoller, wenn ich als erstes hochgehe. Ich meine, ich bin der stronger man hier. Hopp. Okay. Sie kann uns mit einer Hand tragen. Läuft. Auf jeden Fall. In das Fitnessstudio will ich auch. Geh weiter. Hopp. Jetzt steigen wir ganz schnieke hoch. Oh, cooles Versteck. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Frage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Okay. Wo ist die Leiter? Ich muss ja hier irgendwo sein. Ich habe seit langem mal wieder meine PS3 angeschmissen für das Spiel. Wo geht es lang? Ich spiele das gerade zum ersten Mal. Deswegen nicht wundern, wenn ich nicht Bescheid weiß, wo es lang geht, was wir machen müssen. Ja. Hey, probier es doch mal da drüben. So, müssen wir jetzt ins Auto steigen oder wie? Ne, hier rum. Und dann müssen wir da irgendwas machen. Auf jeden Fall habe ich gerade schon mal getestet. Hab sie. Ah, der Leiter. Okay. Tutorial freigeschaltet. Zum Ansehen. Start drücken. Okay. Ich habe schon mal herausgefunden, wie man die Taschenlampe anmacht. So. Ja. Ich... Wäre sinnvoll, wenn wir die Leiter benutzen würden, Dude. So, jetzt... Ah, okay. Hab's verstanden, hab's verstanden, Spiel. Komm. Oh, Gentleman hier am Start. Lady. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Okay. Jetzt hier runter. Sollten wir hier nicht irgendwie das Haus durchsuchen, oder? Ja, haben wir wahrscheinlich schon, ne? Unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Warte. Sporen. Bitte was? Sporen? Oh. Sheesh. Hier hat wohl jemand was geraucht, ne? Er war's hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ah, okay. Wahrscheinlich hier lang. Drücke, Kreis umducken, aktivieren. Okay. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Was ist... Das war wohl ein toter Zombie, was? Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Haha. Das ist jetzt mal besser aufpassen. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helft mir. Was ist? Au. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Können wir das aufheben? Achso, mit Dreieck. Zu zielen. Sollen wir ihn da schießen? Ah, okay. Er will sie nicht verwandeln. Okay, warte. Halt still. Autsch. Sorry, Dude. Du wolltest sie nicht verwandeln. Du hast es dir gewünscht. Ist mal cool zu schießen. Ich spiele so selten Spiele, wo man schießen kann. Kommst du? Okay. Wo geht's lang? Hier? Was war denn das? Oh, oh. R2 gedrückt halten für Lausch-Modus. Okay. Schleiche dich von hinten an und... Komm. 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 Du machst es nur noch schlimmer. Du machst es nur noch schlimmer. Komm. Komm. Ja. Gut gemacht. Uh. Da essen zwei Dudes. Ein Dudo. Ich bin so schlecht im Schießen, Mann. Gib doch... Danke. Okay. Nochmal, nochmal. Wer schießt? Tot? Ist er tot? Okay. Alles gut. Wenn ich jetzt schon Probleme habe zu schießen, das kann ja mal heiter enden. Müssen wir wieder zurück oder hier lang? Ich würde mal hier lang, oder? Sonst wären wir ja wohl kaum... Jetzt sind wir wohl kaum die Zombies getötet, was? Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, hier liegen auch überall Waffen rum. Deswegen müssen wir auch noch ein bisschen suchen. Hier. Hä? Hier lagen doch... Waffen rum, oder nicht? Hä? Hab ich die schon aufgeh... Ah, wir haben die... Ah, ah, okay. Hab verstanden, hab verstanden. Ähm... Computer. Vielleicht sind die noch... Funktionstüchtig. Wahrscheinlich aber nicht vielleicht... Ne, hier wahrscheinlich auch nicht lang was. Ja, Dudes, zeigt mir, wo es lang geht. Na ja, ich schätze mal wieder zurück, ne? Aber wieso sind wir dann hierher gekommen, wenn wir nicht hier lang gehen? Das würde mich interessieren. Medikit, voll. Okay, ist das ein Medikit, oder? Was war das? Oder hier hoch. Das kann natürlich auch sein. Geht's hier hoch? Bestimmt, oder? Kannst du mir mal... sagen, wie es weitergeht? Wäre ganz lieb von dir. Ja, bestimmt. Man kann ihn doch locker hochjumpen. Ich weiß nicht, wo das Problem jetzt liegt. Oder geht's wieder zurück? Gib mir einen Tipp. Scheiße. Geht's hier wirklich nicht lang oder zurück? Ja, okay, komm. Ich geh wieder zurück. Wir sind hier anscheinend umsonst hingekommen. Ja, ich kann mir doch nicht vorstellen, dass wir hier zurück müssen, oder? Oder? Ja. Die Treppe hoch. Wie wär's mit der Treppe, Thomas? Das wäre ganz hilfreich, wenn du daran denken würdest. Wups. Ich werde hier nochmal einiges untersuchen. Vielleicht finden wir hier Patronen oder sowas. Wenn ein Spiel schon so viele Details hat, dann sollte man sich auch alles genau anschauen. Stuhl, Schrank, alles hier wahrscheinlich ausgeplündert worden. Dreieck. Tür aufmachen. Hallo? Ist hier jemand? Anscheinend nicht. Nachricht am Bruder. Ansehen. Select. Lesen. Lesen. Mein lieber Bruder. Ich kann auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Und jetzt ist es zu... Ah, okay. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Zu spät. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden. Vielleicht einen Tag. Okay, da waren wir schon. Ich kann auf dich hören und mir in die Zone kommen sollen, als es noch... Ah, zu spät. Pass auf dich auf, Marc. Okay, so. Jetzt haben wir es. Das passiert immer, wenn man in der Zeile verrutscht. In der Schule habe ich auch manchmal das Problem. Gehen wir ganz geschmeidig hier rüber. Hopp. So, runter geht's. Puh, da war's dickig. Jo. Was wär's? Ah, lecker. Man merkt aber schon, dass es nicht in... schniekigen... Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? 60 FPS läuft. Wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Das stört ja nicht allzu sehr. Ne. Ich versuche gerade noch ein bisschen mit der Steuerung klar zu kommen. Geht klar. So. Da wären wir auch schon. Hier ist ein Baum ins Haus reingewachsen. Jetzt will ich ja ein bisschen klettern. Hopp. Das ging ja gut. Sollen wir da rüberjumpen? Ja, lass einfach rüberjumpen. Ich meine, in Outlast ging das auch. Ich hole es. Was? Sollen wir jetzt da runter? Okay. Ich schätze mal hier ein bisschen hier runter. Und dann... Mal Lauschmodus. Hier ist nichts, oder? Ne. Sieht nicht so aus. Dann können wir jetzt rüber. Runter. Hopp. Ah. Hier ist das Brett. Hier. Reich ist rüber. Wo bist denn du? Ah, okay. Da. Ich dachte schon. Hol dir das Brett. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Als wenn die das so locker schafft. Die kann uns auch noch hochheben und jetzt das. Und wie kommen wir jetzt hoch? Hallo? Wir können uns jetzt einen Weg suchen, ne? Wahrscheinlich hier irgendwie. Dann hier so. Okay, das ging ja eigentlich relativ fit. So. Jetzt hier hoch. Und da wären wir auch schon. Jetzt können wir über das Brett balancieren. Wobei wir jetzt auch... glaube ich locker rüberjummen können, oder? Ja. Es geht, es geht. Oh. Sie ist runtergegangen, ne? Jo. Da ist sie ja. Alles klar. Komm. Ich hoffe nicht, dass hier welche sind. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, ein bisschen Stress anzufangen. Aber schießen will ich auch. Aber die Patronen gehen uns an der Zeit aus. Das würde auch ein Problem sein. Okay. Wir hätten erstmal... Mach zu. Jo, mach ich. So. Ich hoffe, hier ist keiner drin, ne? Aber irgendwann werden wir mehr Konfrontationen... Uh. Geil. Ist wie ein Lottogewinn immer. Oh. Ach, da ist jemand. Ach so, ja. Okay. Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na, komm. Okay, dann würde ich auch sagen, das war's dann mit dem heutigen Part von The Last of Us. Wir sind schon bei fast 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja wieder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin immer noch total geflasht von dem Spiel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. 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 Vielen Dank.